Gerade in den letzten Jahren werden wir immer experimentierfreudiger, auch so was, lassen wir doch mal das drin, lassen wir doch das mal zu. Aber zumindest war das Echo bis jetzt so, dass die Leute immer gesagt haben, egal was wir da irgendwo versucht haben, die Handschrift Knorkator war immer irgendwo drin. Und schön, freut mich, wenn das so ist. Ja, der Jan hier von Music & Stuff und wir sind hier idyllisch im Berliner Grünen im Garten von Alf Arthur von Knorkator, der mit seiner Band gerade eine schicke neue Platte fertiggestellt hat und jetzt im Interview mal ein bisschen was dazu erzählen wird und auch noch einige andere Sachen. Wie schon kurz erwähnt, seid ihr jetzt gerade in der Phase nach der Erstellung eines neuen Albums? Ja. Wie fühlt sich das so an für dich? Ist das eher gut oder eher jetzt ist der Spaß vorbei, jetzt fängt die Arbeit an? Also ich würde, nee, wir sind schon erleichtert und freuen uns. Das heißt, das war jetzt zum Schluss auch immer weniger Spaß, sondern wirklich harte Arbeit. Wir hatten uns zwar diesmal besonders viel Freiraum, also zeitlich auch Vorlauf gelassen, aber das wurde dann nachher trotzdem eng. Wir wollten diesmal nicht irgendwelche Release-Verschiebungen und Tour-Verschiebungen machen. Also haben wir schon ein bisschen zacki-zacki gemacht. Und da wurde es nachher schon sehr eng und sehr arbeitsam und schlaflose Nächte und so. Und jetzt, wo das vorbei ist und wo es gut klingt, da stürzen wir uns doch freudig lächelnd in die Interview-Phase. Ja. Und stimmen die Gerüchte, dass du schon so der Haupttexter und Songwriter der Band bist? Also ist das immer noch so? Oder war eigentlich daraus nie ein Hehl gemacht? Ja. Aber wie muss man sich das dann vorstellen? Kommst du dann schon mit relativ kompletten Songgerüsten, nenne ich es jetzt mal, zu den anderen? Oder macht ihr das gar erst im Studio, dass du sagst, ich habe jetzt, glaube ich, 15 coole Songs zusammen, die wir mal ausprobieren sollten? Es ist schon so, dass ich das meiste ziemlich weit vorangeschritten habe. Also bevor ich da zu meinen Kollegen gehe und sage, guck mal hier, guck mal da, ist ein Song schon relativ fertig mit, das ist die Strophe, hier ist die Bridge. Es gibt durchaus Ebenen, wo ich mich da eher auf das Feingefühl meiner Kollegen verlasse. Also ich habe früher zum Beispiel Schlagzeug relativ weit ausgearbeitet. Heute weiß ich, das lohnt nicht. Ich mache einfach bumm, zack, bumm, zack und unser Nicky, der hört den Song, der weiß, wo es hingehen muss. Der macht die Breaks genau an der richtigen Stelle. Da muss ich nicht mehr so ins Detail gehen. Also das ist okay. Und programmierst du dann auch viele Sachen oder würdest du sagen, du bist schon so halbwegs fit am Schlagzeug und an Gitarre und alles, was man so braucht, dass du das alles so grob hin basteln kannst? Ich bastel das grob hin. Also ich programmiere es so weit, dass man es als Demo jemandem vorspielen kann und vielleicht also mit dem Ziel, dass man nicht unbedingt Musiker sein muss, um zu erkennen, wo der Song hingehen soll. Ich lasse den Stumpen in der Schreibphase schon kommen und gewisse Sachen einsingen. Ganz zu Anfang singe ich das immer selber ein, aber eigentlich versuche ich, das in Grenzen zu halten, um ihn nicht zu sehr in irgendeine Richtung zu suggerieren. Er soll eigentlich frei von der Leber weg singen. Was Gitarre betrifft, kann ich zwar rudimentär Gitarre spielen, aber ich arrangiere ja ständig hin und her. Und um nicht ständig aufnehmen zu müssen und wieder verwerfen zu müssen, habe ich mir einfach einen Gitarren-Keyboard-Sound gebastelt, den ich grundsätzlich benutze, um anzudeuten, was die Gitarre macht. Und dann spiele ich es unserem Basti vor, der schlägt dann die Hände über dem Kopf zusammen. Ach du Scheiße, es ist doch überhaupt gar keine gitarristische Figur. Ich bin ja eben ein Keyboarder. Aber ich sage ihm, genau das macht ja auch die Band aus, dass der Gitarrist spielen muss, was der Keyboarder sagt. Nee, ich lasse ihm da schon gewisse Sachen, die einen Gitarristen ausmachen. Da soll natürlich die Farbe reinkommen. Und da lasse ich ihm auch Freiraum. Aber grundsätzlich sind es schon Riffs, die vielleicht aus gitarristischer Sicht geradezu langweilig erscheinen, die aber von der reinen Songstruktur her sehr zweckmäßig sind. Und das als Grundlage führt ja schon zu einer gewissen Art zu komponieren. Und er macht da aber ganz gut mit und fummelt sich das so zurecht, dass er so den gewissen Gitarrismus eben doch reinbringt. Und bei Gitarren-Soli, naja, dann lasse ich ihn machen. Also das wäre jetzt müßig, ihm da Töne vorzugeben. Ja. Und denkst du prinzipiell, dass es eigentlich eher eine gute Idee ist, wenn es mehr so einen Hauptsongwriter gibt? Es gibt ja so Bands, die hocken sich im Proberaum zusammen und basteln ewig rum. Das ist ja auch eine Art zu machen, aber wenn halt so einer so eine Vision hat und weiß, wo es hingehen soll, ist es vielleicht auch manchmal nicht schlecht. Da gibt es bestimmt überhaupt gar kein, wie sagt man, allgemeingültiges Konzept. Bei uns ist es so, wie es ist. Und das ist gut für mich zumindest. Ich glaube, ich bin nicht wirklich ein guter Teamplayer. Also ich bin ganz zufrieden, dass mir da Vertrauen entgegengebracht wird und dass ich da so machen kann, was ich will. Und die Kollegen schätzen das und spielen das so. Die Art, also die, wie sagt man, das Level, in dem sie sich einbringen, scheint auch irgendwie zur Zufriedenheit aller zu sein. Und manchmal gibt es ja Jungs, die sich irgendwie seit der Schule kennen, die ihre gemeinsame musikalische Interessenlaufbahn halt zusammen erlebt haben. Und wenn da so eine Chemie da ist, dass einfach der Ene weiß, was der andere macht. Da muss man nicht viel reden. Da ist wahrscheinlich gerade die Chemie das, was es ausmacht. Bei uns ist es so, guck mal, als Basti zu uns kam, da war er schon fast 40 und ich war kurz über 30. Das heißt, da ist jeder für sich schon musikalisch in eine bestimmte Richtung gefestigt. Wir haben eigentlich nie angefangen, wirklich zusammenzuarbeiten. Ja. Ja. Vielleicht habe ich es auch noch nie versucht oder so. Aber doch, versucht haben wir es schon. Wir haben es so ein paar Mal, so waren auch Songs, wo ich gedacht habe, ach, da lasse ich die Jungs mal kommen oder habe auch mal Gitarrenideen von Basti verarbeitet, wenn der mir sowas angeschleppt hat. Das passiert ja schon. Also die haben natürlich auch Ideen. Aber irgendwie ist in meinem Kopf immer so ein Konzept da, da lässt sich nicht alles wirklich verbraten. Ich habe so ein ganz bestimmtes Mittelmaß zwischen technoider Exaktheit und ein bisschen Rock'n'Roll-Schlunzerei. Und dieses spezielle Level zu erreichen, das fühle eben nur ich so. Und Ben Basti ist grundsätzlich ein bisschen mehr Rock'n'Roll. Und es ist gut, dass ich sozusagen sein rebellisches Rock'n'Roll-Zeug in meine exakten, rationalen, technoiden Sachen presse. Ich glaube, das ist auch eine Art von Chemie, die zusammen funktioniert. Wenn ich selber Gitarre spielen würde, würde es wahrscheinlich weitaus steriler sein. Bist du dann manchmal auch so ein bisschen enttäuscht, wenn ihr ja doch von einigen Leuten mehr so als alberne Spaßband wahrgenommen werdet, aber ja eigentlich sehr gute Kompositionen habt, das dann aber viele Leute vielleicht gar nicht so realisieren, weil halt mal Ficken gesagt wurde und dann denkt halt vielleicht der Musikprofessor, na gut, so eine Band, die ins Mikro schneiden. Das kann ja nichts sein. Also ich glaube, wir haben mittlerweile unseren Frieden damit gefunden. Also wenn ich jetzt von mir rede, das ist schon okay, wie es ist. Ich bin nicht der einzige Künstler, der gerne ein Müh anders gesehen wollen würde, wie er wirklich gesehen wird. Und wir haben ja unsere Fans, die genau das an uns lieben, was es ist. Und das sind nicht wenige. Also ich mache mich da nicht mehr heiß. Und es liegt ja auch irgendwie an uns. Wenn man in dieser Welt mit dem grundsätzlichen Horizont der Menschheit auf eine bestimmte Weise gesehen werden will, dann muss man sich eben Mühe geben, dass man keine Dinge tut, die die Leute verwirren. Wir aber lassen uns nicht nehmen, Dinge zu tun, die die Leute verwirren. Und dann müssen wir eben damit leben, dass wir manchmal falsch verstanden werden. Mein Gott, es gibt Schlimmeres. Aber war das dann ein Knarkator? Hattet ihr dann relativ von Anfang an so das Gefühl, oh, da wird jetzt was Größeres, vielleicht sollten wir einen Plan haben? Oder hat sich das doch mehr so natürlich entwickelt zu was Größerem? Das hat sich ziemlich natürlich entwickelt. Sicherlich, als wir unseren ersten Major-Deal hatten, da bahnte sich an, oh, also eigentlich schon bei den ersten Konzerten merkten wir, dass da so eine bestimmte Chemie war im Publikum, wie der Stumpen mit den Leuten umging, was wir bei vorangegangenen Bands, da kann jeder von uns von sich sprechen, so noch nicht erlebt hatten. Also eine Art und Weise, die Leute auf eine verstörende Art zu begeistern. Das funktionierte vom ersten Konzert an grandios. Und da wussten wir schon, das muss eigentlich was werden. Dann lief es aber sehr viele Jahre auf relativ geringem Level. Wir hatten dann unseren ersten Plattenvertrag, so ein bisschen independent. Dann kamen irgendwann die großen Major-Angebote. Und das war auch so eine verwirrende Zeit. Wir haben auch viele Fehler in der Zeit gemacht. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, da wir nie wirklich kollektiv geplant haben, ist es auf jeden Fall eine natürliche Entwicklung. Jeder hatte so seinen Plan. Und weil ich das Vertrauen genieße, ich soll komponieren, die anderen spielen, lasse ich natürlich auf anderen Gebieten durchaus meinen Kollegen ihren Freiraum. Einfach auch fürs Herzgefühl. Zum Beispiel der Stumpen macht sehr gerne Layouts. Der kümmert sich um Videosachen. Und mich da jetzt zu sehr einzumischen und zu sagen, naja, ich würde gerne noch ein Müh im Image anders sein, weil sonst könnte und so. Das habe ich dann irgendwann auch aufgegeben einfach. Und durch seine Art, das von mir Geschriebene jetzt zum Beispiel im Layout oder in Videos bildlich darzustellen, kommt auch wieder zu einer völlig eigenen Richtung. Und ich glaube, wenn wir das zu sehr steuern würden, würde man bestimmt vielleicht, also mit einer großen Wahrscheinlichkeit vielleicht ein bisschen mehr Erfolg haben, weil man zielgerichteter auf die Erwartungshaltung der Leute eingehen könnte. Aber dadurch, dass wir eigentlich so chaotisch sind und der eine komponiert das und der andere macht so ein Video und dann ist auf dem Cover dann doch wieder irgendwas so, dann ist das eben so, wie es ist. Und dadurch ist vielleicht auch diese Authentizität da. Authentizität da. Die Glaubwürdigkeit. Sagen wir doch so. Also die ist dann sozusagen ungeplant echt. War das dann vielleicht auch schwierig bei so einem Major-Label, wo man sich ja doch eher so geordnete Strukturen vorstellt, mit den Erwartungen von der Seite vielleicht auch zurecht zu kommen? Also wir hatten, als wir beim Major unterkamen, hatten wir von Anfang an einen ziemlich großen Freiraum, geradezu absolute Narrenfreiheit, die wir nicht unbedingt so ausgenutzt haben, dass es allen genutzt hat. Also wir haben schon weitergemacht, was wir wollten. Unser erstes Album beim Major klang eher wie so eine Art Demo und das war nicht gewollt. Das war einfach nur, keine Ahnung. Und da waren die Major natürlich auch, oder der Major, der uns untervertrag hat, natürlich eher so, okay, wie sagen wir es den Jungs jetzt so. Und dann haben sie aber so weitergemacht. Wir hatten wunderbare Vorschüsse, das lief alles. Aber mit so einem Album kann man natürlich jetzt nicht die Welt erobern. Pech gehabt. Aber wie gesagt, ich habe mir dann andere Biografien mal so durchgelesen inzwischen von anderen Künstlern. Die klagen alle über irgendwelche Zeiten, wo sie falsch verstanden wurden, wo irgendein Management was falsch gemacht hat oder die Plattenfirma irgendwas verhindert hat. Letztendlich so eine richtiges, so eine gerade Karriere, wo alles glatt geht, die findest du ja kaum. Und wenn wir jetzt am Hungertuch nagen würden, dann könnte man sich vielleicht einen Kopf machen, um Gottes Willen, was haben wir falsch gemacht. Aber so wie es ist, misst er. Ja. Das ist dann auch für euch. Ihr habt ja so gerade mit der Band angefangen, als dieses Internet so langsam aufkam. Da hat sich ja in den letzten 20 Jahren auch einiges geändert. Ja. CD-Verkäufe sind vielleicht nicht mehr so relevant. Dafür müsste man eher auf Tour gehen. Ja. War das für euch auch, dadurch, dass es ja doch relativ langsam und stetig ging, auch sowas, naja gut, die Welt verändert sich halt. Verändern wir uns mit? Irgendwann kam der Punkt, wo wir es so gesehen haben. Am Anfang war es natürlich alles verwirrend. Keiner wusste, wo es hingeht. Das Gejammer war groß. Da gab es ja diese ganzen Aktionen. Copy is Kill und was weiß ich. Ich habe durchaus Mitgefühl mit sehr kreativen Musikern, die früher die Chance hatten, sich einzuschließen in ihrem Keller und ohne jemals einem Menschen gegenübertreten zu müssen, Dinge zu machen, die die Welt verändern. Weißt du? Das ist heute wahrscheinlich kaum noch möglich. Heute muss man spielen und da haben es natürlich Bands wie wir gut, die gerade im Live-Bereich große Stärken haben. Ich sehe diesen Rückgang an verkauften Tonträgern, den sehe ich jetzt nicht so katastrophal. Wie gesagt, es gleicht sich live aus. Und man darf auch nicht vergessen, durch die allseits verfügbare Musik sind auch bestimmte Erschwernisse von früher einfach verloren gegangen. Also eine Band, eine junge Band, die zusammen in ihrem Proberaum früher Musik gemacht haben, bevor da jemals überhaupt mal überprüft werden konnte, wie funktioniert es nun oder nicht, mussten die erstmal, ja die brauchten erstmal einen Manager, weil sie ja keine Ahnung hatten. Und selbst wenn der Manager davon überzeugt war, das ist das große Ding, dann musste der Manager eine Plattenfirma finden. Und die musste dann auch überzeugt sein, dass das ein großes Ding sein kann. Und selbst wenn die davon überzeugt waren, dass es ein großes Ding sein kann, ging das nicht ohne Medien, die nämlich das Featuren. Und wenn die Medien der Meinung waren, dass das gerade keinen interessiert, dann konnte Management und Plattenfirma sich auf den Kopf stellen, dann funktionierte das nicht. Und heutzutage, wenn so eine Band im Proberaum ihr Ding macht, dann nehmen die mit ihren Home-Recording-Sachen, die wunderbar entwickelt sind, Songs auf, die mit ein bisschen Fantasie durchaus konkurrieren können. Die drehen dann mit irgendwelchen GoPros oder Handys ihre Videos, stellen die bei YouTube rein. Und wenn sie so ein bisschen kreativ sind, ein bisschen anders, wenn sie etwas haben, was der Welt nützen kann, dann ist wirklich definitiv die Chance da. Sie können theoretisch mit einem Mausklick die ganze Welt erreichen und kein Arschloch kann sich dazwischenstellen und sagen, nö, ich halte das jetzt eher für weniger zeitgemäß. Die müssen natürlich die Leute irgendwie auch catchen. Und das ist natürlich heute auch schwer, weil natürlich ganz viele das machen. Aber ich meine, früher musste man auch irgendwie die Leute catchen. Und die Zeiten, diese paradiesischen Zeiten, dass man irgendwie als arroganter, weltfremder Nerd so durch die Straßen gehen konnte und sagen, das interessiert mich alles nicht, meine Plottenfirma regelt das für mich, ihr seid alles Arschlöcher, lasst mich in Ruhe. Weißt du, ich meine, dass die Zeiten zu Ende sind, das ist auch nicht schade. Aber denkst du, ihr hättet es eher leichter gehabt in der heutigen Zeit als neue Band oder wäre eher komplizierter gewesen? Oder setzen sich gute Bands, wenn sie nicht gerade großes Pech haben, eigentlich immer durch? Ja, das ist schwierig. Ich glaube, um sich durchzusetzen, also wenn wir jetzt von mehreren Jahren oder Jahrzehnten reden, da müssen schon mehrere Faktoren zusammenkommen. Also wenn du, sicherlich müssen es Leute sein, die Ahnung von Musik haben oder zumindest ein Kern der Band sollte dazu fähig sein, irgendwie ein Händchen haben. Ich meine, so eigentlich keine Ahnung zu haben, aber irgendwie mit so einem gewissen Gefühl und so einer Eingebung Dinge zu machen, die plötzlich den Zeitgeist treffen, das kann natürlich auch jedem passieren. Da kann auch ein Dachdecker kommen, der genau den Akkord macht. Aber das sind Zufallssachen und das wird sich wahrscheinlich nicht lange halten. Spätestens beim dritten Versuch wird er merken, naja, das war es jetzt, was ich der Welt zu sagen hatte. Und das heißt, ein bisschen Handwerk, instrumental und auch kompositorisch ist dann schon von Nutzen. Und dann macht es sich natürlich auch durchaus bezahlt, wenn der rebellische Aspekt einer Band, der ja auch sehr viel ausmacht, was die Begeisterung der Jugend betrifft, wenn der nicht allzu konsequent auf Dauer herausgehangen, gehängen gehangen lassen wird. Also, ich glaube, die Bands, die das bis in den Wahnsinn praktizieren mit Sauforgien ohne Ende, Hotelzimmer zerlegen, halbtot irgendwo, sonst wo, weißt du, die werden, die haben bestimmt eine große Chance, Schlagzeilen zu machen, was ja auch nicht zu unterschätzen ist. Aber konsequent durchgehalten ist das höchstwahrscheinlich nach fünf Jahren dann zu Ende. Alleine, weil durch solche Extremsituationen natürlich auch die Band in tausend Situationen kommt, wo es sehr wahrscheinlich ist, dass die sich irgendwann auf den Keks gehen, sich trennen, einer nicht mehr mit dem anderen kann, gerade diese Sache mit den Egos. Ein gutes Ego ist gut für die Mucke, aber hast du irgendwie drei Egos in der Band, die aber richtig volle Kante sind, dann hat die Band vielleicht ein, zwei Alben, wo sie richtig toll ist und dann können die sich nicht mehr riechen. Und ein gutes Beispiel, Kiss. Riech ein Paradebeispiel für, boah, ich meine, der Gene Simmons, der hat noch nie einen Tropfen Alkohol getrunken, ist ein ganz artiger Mensch und dieses solide Leben, was er führt, ist sicher, könnte man sagen, verlogen, aber andererseits, der ist seit Jahrzehnten dabei. Ist für einen selber gut. Ob es jetzt für die Welt gut ist, das ist wieder eine andere Sache. Vielleicht wäre so, vielleicht ist es für die Welt gut, dass Nirvana eine Zeit lang existiert hat und dann tot und sie haben ihren Farbtupfer gelassen. Das kann nicht mehr abebben. Aber wenn ich jetzt von mir rede, kann ich sagen, gut, dass wir, sagen wir mal, wir haben zwei sehr starke Egos in der Band. Das ist der Stumpen und das bin ich. Aber jeder kann sein Ego auf einer Ebene ausleben, die sich gegenseitig nicht behindert. Basti's Ego ist sehr geschmeidig händelbar. Man muss ihn nur gut beleuchten an der Ecke der Bühne und dann geht er niemandem auf den Keks. Und Zigaretten wahrscheinlich. Ja, genau. Denkst du da überhaupt drüber nach? So von wegen, naja, jetzt in fünf oder zehn Jahren könnte es dann ja auch mal vorbei sein. Oder sagst du auch, das werden wir dann schon merken, wenn es sich für uns nicht mehr gut anfühlt, dann hören wir halt auf. Ja, also ich habe nicht viele, also ich bin noch nicht so weit, dass ich Alternativen habe, die das adäquat ersetzen könnten, was mir Knorkator bietet. Bei Knorkator ist es so, da wir jetzt nie große Hits hatten, oder ich fange anders an, es gibt Bands, die mal ein oder zwei Hits hatten, und sich jetzt sagen können, also ich mache da jedes Jahr eine Tour. Die Leute wollen eh nur den einen Hit hören. Ob ich jetzt eine neue Platte habe oder nicht, ist vollkommen schnurz. Ich spiele einfach und wenn ich mich nicht ganz doof anstelle, dann kann ich da bis zu meiner Rente spielen. Bei uns ist es so, wir hatten niemals Welthits. Wir hatten immer treue Fans, die aber im Schnitt an uns vor allen Dingen lieben, dass wir sehr kreativ sind und dass wir uns immer neu erfinden können und dass uns die Ideen nicht ausgehen. Eine Tour ohne ein Album zu machen, wäre sicherlich einmal möglich, aber auf Dauer nicht. Und mit den Alben schwächer zu werden, würde ein großes Problem darstellen. Vielleicht werden wir ja schwächer und ich merke es bloß gar nicht, aber im Moment sieht es so aus, als wenn die Fans noch relativ zufrieden mit uns sind und den neuen Sachen, die wir machen. Aber es wird natürlich von Platte zu Platte schwerer. Man hat schon so viel gesagt und es besteht immer die Gefahr, dass man sich wiederholt. Manchmal kann man sich auf geschmeidige Weise wiederholen, dass es auch wieder lustig ist und manchmal ist es einfach nur... Und da muss man natürlich aufpassen und da müssen wir wirklich... Also je später, umso mehr knüppeln. Also das ist richtig harte Arbeit jetzt geworden. Da ist ja früher so ein Song so dahin geschrieben an einem Nachmittag und heute ist es richtig harte Arbeit. Und da ist das schon so, naja, Stumpen als Wirbelwind auf der Bühne. Wir haben nun alle, also ich werde in ein paar Tagen oder Wochen die 50 überschreiten. Stumpen und Basti haben das schon. Das heißt, irgendwann springt er auch nicht mehr so Karbolts-mäßig auf der Bühne rum. Und wenn wir es bis dahin nicht schaffen, unser Image so weit geschmeidig zu verändern, dass die Fans jetzt nicht unbedingt den Derwisch brauchen, sondern vielleicht auch einfach mal die Musik und vielleicht lassen wir irgendwelche Krokodile tanzen oder irgendwas. Das ist ja auch wurscht. Oder er schafft es einfach, mit seinem reinen Charisma auf der Bühne stehen, zu leuchten. Wer weiß. Also der Sport sozusagen, den werden wir nicht ewig durchhalten können. Und wenn wir es schaffen, das auf eine andere Ebene zu heben, dann können wir das auch noch zwei Jahrzehnte machen. Oder fünf. Die Medizin macht ja auch Fortschritte. Genau. Und wenn nicht, dann müssen wir uns was anderes überlegen. Aber jeder von uns hatte innerhalb der Auflösungsphase die Gelegenheit, seine anderen Ambitionen mal auszutesten. Und das macht uns Spaß, unsere anderen Projekte. Aber es ist natürlich nicht wirklich vergleichbar mit dem, was wir bei Krokodile erleben. Ja. Vielleicht solltet ihr mal über ein Musical nachdenken. Da hat man dann nur so die Musik und kann es auf mehreren Bühnen weltweit andere Leute spielen lassen. Die Idee ist tatsächlich eine gute. Es ist nicht so, dass wir noch nie darüber, oder dass ich noch nie darüber nachgedacht hätte. Aber ein Musical hat natürlich auch immer so einen Touch von Beliebigkeit. Wenn wir das schaffen würden, oder wenn das möglich wäre, hätte man natürlich eine tolle Sache. Würde man als Manager seiner eigenen Musicals durch die Welt ruschen und so. Aber bleiben wir mal auf dem Teppich. Große, bekannte Musicals haben einen ganz anderen Background. Und wir sind zwar jetzt nicht ganz bedeutungslos, aber das, was Musicals normalerweise schaffen, nämlich über Monate hinweg in ein und derselben Stadt Tag für Tag volle Häuser mit Touristen ranzuziehen, dafür ist unsere Musik einfach nicht breitenwirksam genug. Also, nein. Ja, vielleicht kommen die ein, zwei Welt jetzt noch. Oder die Welt verändert sich in die Richtung, ich meine, früher, was man heute so als braven Oma-Rock'n'Roll bezeichnet, war ja früher auch sowas von anarchistisch. Und heute ist das was für Trutchen von nebenan. Ja, also wenn ich mir so vorstelle, also für mich ist es zum Beispiel schwer vorstellbar, dass die Leute oder Eltern mal ausgerastet sind wegen Elvis oder den Stones, wo ich mir so denke, Wieso? Wieso? Ja. Aber ja, so verändert sich die Zeiten. Aber ihr habt ja auch alle Kinder, merkt ihr dann schon, also irgendwann ist ja auch mal das Extremste, was man noch als Musik bezeichnen kann. Ich glaube, das ist auch schon erreicht. Irgendwann ist es halt einfach nur noch Krach. Oder die Zielgruppe wird sehr klein, die man mit der Musik, also da müssen sich ja Kinder, wenn sie die Eltern schocken wollen, fast schon durch sanftere oder oldschooligere Musik oder sonst was absetzen. Merkt ihr das auch? Oder du bei deinen Kindern, dass die jetzt eher sagen, naja gut, mein Papa kann ich eh nicht schocken mit irgendwelcher Agro-Musik. Die macht er selber. Na, ich würde mal sagen, also wenn ich jetzt über meinen Sohn rede, die Tochter ist noch ein bisschen zu jung dafür. Der ist durchaus musikalisch aktiv. und die Sachen, die er sich anhört, haben durchaus das Potenzial, um mich hin und wieder zufrieden lächeln zu lassen. So von wegen, ach, schau mal einer an. Also da geht es bei dem oft recht hart zu und da passieren Sachen, die auch mich richtig schön amüsieren können. da wird gegrollt und geschautet und gescreamt, was das Zeug hält, wo ich selbst sagen würde, will ich jetzt nicht den ganzen Abend hören. Aber es ist ja wie gesagt, ich meine, es gab ja auch schon vor uns Bands, die den ganzen Abend gegrollt haben. Aber grundsätzlich, wenn ich so die heutige, die Entwicklung der heutigen Extremmusik sehe, finde ich sehr erfrischend, dass das einfach immer mehr möglich ist, auch interstilistisch. Neulich kam er an mit hier Babymetal, den sie band. Und das ist ja, man kann jetzt davon halten, was man will, das ist sicher ein Kunstprodukt. Das ist jetzt nicht das Werk eines jungen Menschen, der der Welt sagen will, wo er steht, sondern das sind irgendwelche Profis, die da was auf die Beine gestellt haben. Aber wie sie es auf die Beine gestellt haben, diese kleinen Piepsstimmen und dazu diese ultra harten, exakten Gitarren, wirklich mit allem, wo die meisten Kumpels hier um mich herum sich die Finger danach lecken würden, solche Lieder auf Band zu bringen. Und das mit so einem kleinen Schulmädchen am Gesang. Allein diese Diskrepanz so knallhart hinzustellen, Hut ab. So, und ich glaube, es wird sich immer so einpegeln, dass eine Melodie, die dem normalen Menschen im Kopf bleibt, sich durchsetzen wird. Aber die Möglichkeit, extreme Sachen auch breitenwirksam unterzubringen, die wird immer größer. Und ich glaube, dass die Entwicklung dahin gehen wird, dass der Schlager von übermorgen einfach auch zwischendurch mal ein Grohlen zulassen wird oder eine, was weiß ich, explodierende Gitarre, aber eingebettet in einen Song, den man auf der Straße immer noch mitpfeift. Das ist ja heutzutage auch nichts Fremdes mehr. Das wird ja alles schon praktiziert. Aber die Akzeptanz von Trutchen von nebenan dem Gegenüber wird ja einmal größer. Und ja. Ja, würdest du da auch sagen, dass ich, nenne es jetzt einfach mal so Musikerpolizei oder Spaßbremsen, also ich meine, ihr habt ja sicher gerade auch am Anfang, seid ihr wahrscheinlich auch öfter mal auf Reaktionen getroffen, die gesagt haben, ja okay, jetzt versuchen die irgend so eine Art Metal zu machen, aber Metal ist ja ernst und ich liebe meine Bands und Metal ist für mich so eine Art Religion und jetzt machen die sich drüber lustig. Das finde ich gar nicht gut. Ja, sehr richtig. Wir hatten natürlich nicht nur Freunde und das hat sich auch gezeigt in der Art und Weise, wie wir in den einschlägigen Magazinen jetzt kommuniziert wurden. Da war nie die Rede von Oh, die Band hat ein neues Album, schauen wir uns mal an, wie der Klang zustande kam. Da ging es immer noch Oh, die Spaßmetalle aus Köpenick haben wieder mal ordentlich in die Ecke geschissen. Ja, so, aber es ist eben so. Und dafür konnten wir zumindest sagen, die Leute, die sich wirklich für uns interessieren, also die den Schritt gemacht haben, sich das genauer zu Gemüte zu führen, die haben das Pech, dass sie uns nicht mehr austauschen können. Also, dass man sozusagen nicht sagen können, okay, Knorrkator, dann mache ich was Ähnliches, nehme ich mir was Ähnliches, die nächste Band, die so ähnlich ist und die müssen dann leider zu, ja, Pech gibt es leider nicht. da muss man euch auch echt ein Kompliment machen. Es gibt ja oftmals so Bands, wo man sagt, okay, die klingen jetzt wie die deutsche Version von Blah, aber da gibt es ja nur so wenige Bands, wo man immer, wenn jemand was Ähnliches macht, also für mich ist auch Rammstein so eine Band, es gibt ja 100 so Industrial Bands, deutsche, und bei allen anderen, oder bei fast allen anderen, denke ich immer, wenn ich es höre, ist es irgendwie, wie, also ich glaube es ihnen irgendwie nicht, so Kasperle-Theater und bei Rammstein schaffen das halt irgendwie so, das authentisch rüber zu bringen, obwohl es natürlich auch Schauspiel ist, wahrscheinlich, und bei euch ist es halt auch so, dass man jetzt nicht denkt, ich meine, klar, du wirst jetzt, oder Stumpen wird jetzt auch nicht bei sich daheimständig den Schaus springen und vom Balkon aus dem zweiten Stock runter zum Briefkasten, aber trotzdem denkt man nicht, ihr wart mal im Proberaum gesessen und habt euch gedacht, hm, was machen wir denn jetzt, damit die Leute irgendwie von uns hören, sondern man kauft sich das halt ab und das ist halt echt schwer zu erreichen. Ja, also ich glaube, dass die, es ist auch nicht unbedingt so, dass wir es nicht versucht hätten, mal so oder so zu klingen, also es gibt ja durchaus auch große Bands, die uns ganz doll gefallen und wo ich viel darum geben würde, so was zustande bringen zu können, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Wert von einem gewachsenen Stil. Ich glaube, als junger Mensch hat Stil eine sehr starke Bedeutung, also da geht es gar nicht so sehr um Songs, da geht es um Richtung. man muss sich irgendwo zu kommitten oder von irgendwas abgrenzen und das ist auch völlig okay. Das ist für die Entwicklung von einem jungen Menschen auch unbedingt wichtig, damit er mal ein Gesicht kriegt. Der muss wissen, da will ich nicht hin, da will ich hin. Er wird am Ende nicht dahin kommen, wo er mal hin wollte. Der wird seine eigene Entwicklung machen, aber wenn er irgendwann seinen Stil so weit gefunden hat, dass er sich gar nicht mehr krampfhaft darum bemühen muss, diesem Stil zu entsprechen, sondern wenn der Stil von selber kommt, dann beginnt das eigentliche Songwriting. Dann spielt nur noch der Song eine Rolle und die Handschrift des Künstlers wird automatisch immer erkennbar sein. Und deswegen ist es auch so, wir wissen, dass es halt unterm Strich irgendwie könnte man uns musikalisch in alles Mögliche einordnen, irgendwie Industrial, Metal, keine Ahnung, wie das alles heißt. Wir haben auch sicher vieles davon versucht, aber gerade in den letzten Jahren werden wir immer experimentierfreudiger. Auch sowas, lassen wir doch mal das drin, lassen wir doch das mal zu. Aber zumindest war das Echo bis jetzt so, dass die Leute immer gesagt haben, egal was wir da irgendwo versucht haben, die Handschrift Knorkator war immer irgendwo drin. Und schön, freut mich, wenn das so ist. Ja, aber schreibst du dann noch manchmal Songs und dann fällt dir nach zwei Wochen auf, das wird einfach nicht, das wird einfach kein Knorkator-Song mehr. Hin und wieder passiert ist, dass Ideen da sind, die sich in eine Richtung entwickeln, wo ich nicht so richtig weiß, wie ich damit umgehen soll. Aber oft sind das auch Melodien, die grundsätzlich jetzt nicht so an manchen Stellen mein Herz erfreuen, wo ich, wenn sie jetzt im Heavy Metal ansiedelbar wären, wenn ich noch sagen würde, komm, nehmen wir mit, weißt du, kaschieren wir hier ein bisschen mit Gitarren und geht schon. Aber wenn so eine Melodie zum Beispiel zu sehr in irgendwas Soliges oder Schlagermäßiges driftet, dann macht das auch keinen Spaß, danach rumzudoktern. Dann würde ich mir vielleicht wünschen, da gäbe es irgendwelche anderen Plattformen, wo ich sagen kann, hier habt ihr einen Song, kann ich für mich nicht gebrauchen. Aber diese Plattformen gibt es nicht. Also da die Songwriting machen die, die sowas mögen würden, dann auch selber. Ja. Und jetzt habt ihr wieder ein neues Album und es steht auch eine Tour an im Herbst. Die Auswahl wird ja immer größer an Songs, die man spielen kann. Und man will das Programm ja auch nicht auf drei, vier Stunden ausweiten. Mhm. Tun euch dann auch manche Klassiker weh, die ihr raushauen wollt? Oder hast du so einen Favoriten-Song, wo du sagst, eigentlich würde ich es gerne spielen, aber ich weiß, im Publikum will es eigentlich kaum einer hören und naja, dann lassen wir es halt weg. Ja, es gibt tausend Beispiele dafür. Also, na tausend nicht. Also sehr viele Beispiele. Wir haben bei jeder Tour Songs, die wir rausschmeißen müssen, wo auch immer wieder Diskussionen sind, ach, warum denn der, warum nicht der? Natürlich hat jeder so seine eigenen Favoriten und es hat sich im Laufe der Zeit so ein bisschen was rauskristallisiert, was ganz gut funktioniert. Und nun wissen wir ja, wenn wir bei dieser Tour mal den Song nicht spielen, naja, eben bei der nächsten Tour. Es gibt Songs, die ich eigentlich sehr gerne spielen würde, wo wir festgestellt haben, die haben wir irgendwie nicht, die kriegten wir nicht wirklich so hingedreht, dass sie für uns heutzutage live funktionieren. Die haben wir ein paar Mal versucht und irgendwie dann immer wieder ad acta gelegt. Wo ich dann der Meinung bin, es würde sich eigentlich lohnen, die nochmal richtig ranzunehmen, richtig im Proberaum nochmal vollkommen aufzurollen, ein bisschen schneller zu machen, ein bisschen langsamer zu machen, irgendwas zu verändern. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn alle diese Hoffnung hegen. Ansonsten sagen die, kommst du schon wieder damit an, man. Haben wir doch schon dreimal versucht. Also Stumpen zum Beispiel, der redet immer davon, wir müssten den alten Song, ich gehe sowas von überhaupt nicht, wieder ins Programm nehmen. Basti sagt, was ist das für eine scheiß Getanfigur? Und ich sage mir, hat gute Stellen, hat schlechte Stellen, muss nicht unbedingt sein, können wir mal in Angriff nehmen, warum nicht? Ich fand, dass zum Beispiel der Song Robert eigentlich ins Programm müsste, vom letzten Album, den wir aber niemals live zum Grooven kriegen konnten. Das haben wir nie geschafft. Irgendwie hat es nie geklappt. Und den haben wir natürlich aus dem Programm genommen. Und ich experimentiere manchmal für mich so an meinem Computer, ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer machen. Vielleicht schaffen wir es, endlich mal wieder die Jugendlichen ins Programm zu nehmen. Da sind wir uns jetzt gerade ziemlich einig, dass für den Herbst der Song Ich verachte Jugendliche wieder ins Programm soll. Vollkommen überarbeitet, mit ganz anderen Rhythmen. Ein bisschen schneller als damals. Ich glaube, das wird ein Knaller. Ja, da kann man ja schon mal gespannt sein. Plant ihr dann eure, also jetzt abgesehen von den Songs, plant ihr irgendwie die Live-Show großartig oder lasst ihr euch da auch mehr von der Inspiration leiten? Also wir planen so Eckpunkte. Also so Sachen wie mein Keyboard-Gerassel, wie soll das bei dieser Tour aussehen? Da sind schon Sachen, die sind vor, die sind, und da gibt es Visionen, die werden dann umgesetzt oder nicht und dann entsteht die Tour daraus. Aber es war bis jetzt immer so, dass mitten in der Tour durch irgendwelche Situationen sich herausgestellt hatte, oh, wenn wir das jetzt noch hätten, das wäre ja geil, genau an der einen Stelle. Und dann haben wir mitten in der Tour nochmal angefangen zu basteln und irgendwas und dann war das dann der Knaller. Also, dass wir am Anfang was geplant haben, was dann wirklich so der Knaller wurde, war vielleicht bei der Hälfte der Sachen so. Viele Sachen, die sich als richtig geil herausgestellt haben, sind irgendwie aus der Improvisation heraus entstanden und wurden dann bloß im richtigen Moment erkannt und kultiviert. Also lohnt es sich dann schon, sich auch mal mehrere Shows einer Tour anzusehen, weil doch immer wieder was anderes passiert. Ja, vielleicht so mal am Anfang und mal am Ende gucken. Also, eigentlich reicht ein Konzert. Nee, reicht es nicht. Nein. Man muss sich mehrere Konzerte angucken von uns. Ihr solltet so wie die Theaterleute so ein Abo-Ticket anbieten. Ja, genau. Saisontickets. Ja. Na, vielleicht. Mal schauen. Naja, nee. Nee, machen wir nicht. Wir sind eine Band. Wir touren. Leute sollen ein Konzert gucken und gut. Oder zwei. Und sich dann auf die nächste Tour freuen. Ja, ne? Je nachdem, wie wir auch so drauf sein werden. Mhm. Dann schon mal vielen Dank für deine Zeit. Ja, gern geschehen. Mit dem Album und ich hoffe, wir finden auch Gelegenheit, euch auf Tour zu besuchen. Mhm. Ja, na, ich hoffe doch. Das ist die bisherigen Knarkator-Konzerte, auf denen ich war. Wir waren immer lustig. Das soll auch so bleiben. Fantastisch. Das ist doch ein Versprechen für die Zukunft. Yeah. Ja. Das ist doch ein Versprechen. Ja. Das ist doch ein Versprechen. Ja. Das ist doch ein Versprechen. Ja.